Hallo meine Lieben, willkommen zu einem neuen Kanal. Ich bin Chaima, ich bin Saussi, heute ohne Fatma, sondern mit meinem kleinen Bruder. Wir essen heute Fahita, hatten wir ein Obstteller gemacht und einen Obstteller. Am Ende des Videos, wenn ihr sehen wollt, wie ihr das gemacht habt, dann bleibt noch dran. Okay, los geht's. Okay, ist auch Fleisch drin, oder? Ich kann es jetzt nur in den Weitkopf nehmen. Ich würde sagen, dass es mir im Video, wenn es euch gefallen hat, lasst einen Daumen hoch. Abonniere nicht vergessen und die Glocke aktivieren. Bis zum nächsten Mal. Tschüß! 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 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020